Hier siehst du das Endergebnis von Look 3. Den haben wir komplett kalligrafiert in der Technik Trigger. In der Technik Trigger siehst du, hast du eine sehr kompakte, aber dennoch graduierte Form erstellt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit Look 3 und der Technik Trigger. Beginne nun mit Look 3. Bei Look 3 arbeiten wir in der Trigger-Technik. Teile dir dazu ca. 7 cm breit die komplette äußere Kontur ab. Beginne im vorderen Bereich im Pony. Teile dazu ungefähr 6 gleichgroße Partien ab. Kämme es im sauberen Winkel nach vorne und kürze es anhand der Trigger-Technik auf ca. Augenbrauen. Achte dabei darauf, dass du beim Trigger keinen Kampf verwendest. Nimm deinen Zeigefinger zur Hilfe. Spanne dein Passé auf deinem Finger. Greife den Kalligrafen um und gehe in runden Bewegungen immer wieder über dein abgeteiltes Passé drüber hinweg. Achte auch hier auf gleichmäßige Bewegungen immer in der Handhaltung Trigger gleichmäßige runde Bewegungen. Somit erzielst du eine kompakte, leicht, ganz leicht in sich graduierte Schnittlinie. Gehe nun an deine Saiten. Und verfahre ebenfalls in der Technik Trigger an deinen Saiten eine Verbindung zum Pony. Auch hier ein sauberer Kämwinkel. Führe das Haar sauber zusammen über deinen Zeigefinger und setze es an die Länge von deiner Ponypartie an. Auch hier gehst du wieder in gleichmäßigen Bewegungen über deinen Zeigefinger mit dem Kalligrafen im 21-Grad-Winkel hinweg. Halte das Passé die ganze Zeit auf Spannung und kalligrafiere in Ruhe mit der Technik Trigger. Gehe nun weiter hinten zu deinem Nacken. Und achte dabei darauf, dass das Ohrläppchen bis zur Hälfte bedeckt ist. Gehe nun weiter hinten zu deinem Nacken. Führe die Linie auch hier weiter fort. Kämme das Haar sauber zusammen. Benutze die Handhaltung Trigger. Spanne die Haare über deinen Zeigefinger zusammen. Und kalligrafiere in runden Bewegungen über deinen Zeigefinger hinweg. Arbeite dich in kleinen Partien vor. Auch im Nacken eine Verbindung zu deiner vorher erstellten Basis in der Handhaltung. Trigger immer in gleichen runden Bewegungen über deine Finger hinweg. Kleine Unebenheiten kannst du dir in der Clean-Up-Technik ausbessern. So gehst du nun am kompletten Kopf entlang. Achte dabei darauf, dass deine Längen gleich sind, bevor du in die nächste Partie gehst. Auch hier wieder ein kleines Paket abteilen. Sauber kämmen. In der Handhaltung Trigger zusammenfassen. Und in runden Bewegungen am Haar entlang. Hier siehst du das Ergebnis von deiner ersten Abteilung komplett im Trigger kalligrafiert. Du siehst anhand der Technik Trigger, dass du in schnellen einzelnen Partien eine kompakte, aber doch in sich leicht graduierte Linie erstellen kannst. Öffne nun den Rest von deinem Übungskopf und kämme es im natürlichen Winkel vom höchsten Punkt des Kopfes nach vorne und zu den Seiten. Sternförmig nach vorne und zu den Seiten. Verfahre nun in der gleichen Technik wie vorhin und beginne einzelne kleine Partien auf deine vorher erstellte Länge zu kalligrafieren. Ebenfalls in der Handhaltung Trigger. Ich beginne hier im Nacken. Auch hier kämme ich mein Haar vorher sauber. Nimm mir einzelne kleine Partien heraus. Isoliere mir die anderen Seiten zur Seite. Kämme das Haar sauber zusammen. Lass meinen Kamm verschwinden. Gehe in die Handhaltung Trigger. Setze meinen Zeigefinger dort an, wo ich schon meine vorher erstellte kalligrafierte Linie habe. Und kalligrafiere ebenfalls in der Technik Trigger auf die vorher erstellte Basis. Achte dabei darauf, dass du nicht kürzer wirst als deine Grundlänge aus der ersten Abteilung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch hier wieder sauber zusammenziehen. Positioniere dich, dass du flexibel stehst und kalligrafiere ebenfalls in der Handhaltung Trigger mit der Technik Trigger auf deine vorher erstellte Linie. Somit erstellen wir einen sehr kompakten, aber dennoch leicht graduierten, runden Schnitt. Gehe so am kompletten Kopf entlang und nimm dir einzelne Partien raus, die du auf deine vorher erstellte Haarlänge kalligrafierst. Sauber zusammennehmen mit dem Kalligrafen sauber in gleichen runden Bewegungen am Haar entlang in der Technik Trigger. Kontrolliere, nachdem du kalligrafiert hast, immer wieder deine Linie und nimm dir einzelne kleine Partien wieder dazu. Hier beim Übungskopf ist es möglich, in wenigen kleinen Schritten zu arbeiten. Wenn du allerdings im Salon eine Kundin hast mit sehr vielen dicken Haar, empfehle ich dir, das Haar nochmals zu unterteilen. Entweder durch diagonale Schritte oder einfach, indem du weniger Haarmasse zusammennimmst. Kleine Unebenheiten auch hier wieder in der Cleanup-Technik korrigieren. Achte immer darauf, dass du das Haar auch dorthin kämmst, wo du es nachher hinhaben möchtest. Dein Kamm verschwindet. Du fühlst das Haar von hinten an deinem Zeigefinger und kalligrafierst auf deine Länge aus der ersten Sektion. Kämm das Haar nach vorne und in den Pony-Bereich. Kalligrafiere auch hier auf deine Länge, die du dir vorher erstellt hast. Sauber zusammennehmen. Du spürst deine Linie von vorher unter deinem Zeigefinger und setzt den Kalligrafen dort an und kalligrafierst in der Technik-Trigger deine weiche Verbindung. Hier achte auf den Kamm-Winkel. Im Pony-Bereich ziehst du das Haar vom höchsten Punkt des Kopfes direkt nach vorne zu dir. Du spürst wieder hier unten deine Basis von der vorherigen Sektion. Und immer in Kontakt zum Finger mit dem Kalligrafen arbeiten. Achte auf deinen Kamm-Winkel, dass er immer sauber ist. Und dem Fall der Frisur entspricht. Hier wieder einzelne Partien rausnehmen. Deine Basis ist von unten, von vorher kalligrafiert und du spürst sie durch deinen Zeigefinger. Spanne das Haar über den Krümmungen deines Zeigefingers. Und geh mit dem Kalligrafen immer in leicht runden Bewegungen am Haar entlang. Achte dabei darauf, dass der Kalligraf nicht zu große Wege macht. So bleibt deine Graduation kompakt und minimal. Auch hier an den Konturen. Wieder sauber zusammenfassen. Der Kalligraf verschwindet wieder. Kalligrafen schön festhalten. Und sauber am Haar entlang kalligrafieren. Deine vorherige Basis gibt dir die Sicherheit der gewünschten Haarlänge. Kämm-Winkel beachten. Wieder zusammenkämmen. Nicht zu breit abteilen. Ansonsten würdest du den Winkel verändern. Hier schön zusammengreifen. Hier oben siehst du noch deine Schnittlinie vom vorher kalligrafierten Passé. Und in leicht runden Bewegungen immer im Kontakt zu deinem Zeigefinger am Haar im 21-Grad-Winkel kalligrafieren. Wenn du das Passé so wie hier einmal verloren hast, dass dir die Spannung fehlt, kämm das Passé erneut auf. Greife es erneut zwischen deine Finger. Spanne es wiederum zwischen deinem Zeigefinger. Und kalligrafiere in der Bewegung wieder auf deine vorher erstellte Basis. Immer in Kontakt zum Finger. Kleine Unebenheiten in der Clean-Up-Technik korrigieren. Und auch jetzt hier in der letzten Partie von deinem Nacken. Schau, wo deine Haarlänge aufgreift. Setz den Kalligrafen an. In leicht runden Bewegungen. Wenn es dir nachher möglich ist, beim Kalligrafieren den Kamm in der Hand zu behalten, kannst du den Kamm gerne hier verschwinden lassen. Du greifst wieder dein Passé und gehst mit dem Kalligrafen in weichen Rundungen und Bewegungen auf deine vorher erstellte Basis. Das ist ein ganzes Schmied. Das ist ein ganzes Schmied. Du greifst wieder. Dann schau. Untertitelung des ZDF, 2020